Ach ja, was für ein schöner Tag hier heute am Pool, zusammen mit meinen Freunden, mit der Ronja. Hallo! Und mit dem Tups, der gerade rückwärts da sitzt. Hä? Tups! Ja, du! Ich hab geschlafen, ja. Sind wir schon da? Ja, komm, auf geht's. Leute, wir sind heute aber nicht nur ohne unsere Badeanzüge hier, Spaß, wir haben heute hier die Ant-Man-Anzüge. Wir spielen heute ein brandneues Minispiel auf einem Kanal, nämlich Mikro-Battle, ja. Das ist gefühlt schon ein Jahr fertig oder so, das Minigame, aber wir kamen noch nie zu diesem Spiel. Und mit dabei gibt es den Spezialgast, der hier auch sitzt. Hello! Wir haben mal keinen Helm so aufmachen, das ist richtig geil, guck mal. Genau, und Tups, der Sucher, der ist sicher hier. Oh ja, Tups hat hier eine kleine Rüstung. Oh ja, wir haben eigentlich Ant-Man-Anzüge, wir können uns hier nämlich ganz klein machen mit F. So, zack! Oh, macht mich nicht all gleichzeitig, okay? Dass wir da groß gehen. Und die Map hier ist vollständig gebaut mit Schüsseln-Bit. Das heißt, hier gibt es viele Geheimgänge in Mausergröße, wenn man mal hier irgendwie schaut. Ich glaube, hier ist zum Beispiel ein Geheimgang, der richtig witzig ist, wo man zum Beispiel, wenn man geheim ist, durchgehen kann. Und das ist dann richtig cool und so weiter. Und genau, das spielen wir heute. Tups, der Sucher hier, wenn er uns findet, dann sind wir auch in Sucher hier und wir haben längst überlebt, der gewinnt. Und ja, ich würde mal sagen, kommt mal etwas aus. Und Tups ist der Sucher, wenn er uns findet, dann werden wir auch zum Sucher und ja, dann werden wir genauso wie Tups mit der Rüstung. Ey, ich muss da eingehen, das sieht relativ cool aus hier. Eigentlich mal die ganze Map. Du feist das Schwert, guck dir das mal an. Boah, das Schwert von Tups. Ja, Tups hat ein relativ großes Schwert hier. Aber guck mal das auch durch Ausnahmen. Komplett Tups Körper. Das Haus ist richtig groß. Jedenfalls, was ich sagen wollte, genau, wir sind jetzt eigentlich Ant-Man's und Tups muss ich hier, glaube ich, 10 oder 20 Sekunden warten hier. Und dann sucht ihr uns und ja, ich würde mal sagen, auf geht's, 3, 2, 1 und Mikro Battle, auf geht's. Let's go. Ich bin gespannt auf die Map hier. Okay, ich gebe noch oben. Oh mein Gott. Ich gehe auch hoch. Da kann man hier. Warte, komm hier. Einfach die Treppe. Oh nein. Ich habe schon den ersten Geheimen gefunden. Oh nein, ich nehme die Treppe in der Wand. Ich nehme nicht die Treppe. Ich habe die Treppe, aber genau. Ich habe die Treppe, ich probiere die. Ich probiere hier hoch zu gehen. Ich bin jetzt hier. Wo bist du, Julian? Oh oh. Wo ist die Treppe in der Wand? Wo ist die Treppe in der Wand? Wo bist du? Ja, die ist bei den weißen Dings. Hallo. Hier fühle ich mich leider überhaupt nicht sicher. Das Problem ist, dass... Okay. Die eigentlichen Regeln ist man da. Oh nein. Oh nein. Ah, das Hächeln. Oh Leute, ich habe da. Hier ist ein Gaming-Raum. Du hast niemanden gesehen. Hier ist gar keiner. Ich sehe das. Ich sehe das. Ey oben, ganz oben. Seid ihr oben? Wo ist denn der Dings? Oh, Tops unten. Hey, bleib stehen. Ronja, wo bist du? An einem geheimen Ort. Hier? Nee. Bist du Ronja? Ja. Okay, ganz so weit. Das war knapp. Ich bin nicht raus. Ja, ich bin weg. Tops, Tops, wo ist die Dings? Tops, Flo. Ja, ich sehe dich. Julian oben. Ja, schau mal hier in der Wand. Die ist von Portal 2. Wo ist der Aufgang nach oben? Wo ist der Aufgang nach oben? Von Portal 2. Oh nein, das Bett. Hier ist ein Gaming-Game-Raum. Ich bin noch versteckt, Ronja, ich bin verständlich dran, Tops. Oh mein Gott. Ah, die Verstecke ist aber richtig geil. Tops ist direkt neben mir. Echt? Wo ist der Aufgang, Flo? In der Wand hier drin, wenn du aus dem Wohnzimmer in die Küche gehst. Das ist doch die right. Ich hab's. Ja, ja, ich hab's. Oh, lol. Oh, ich hab's. Oh, lol. Oh, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Hey, oder wer war das? Das Unit? Das ist Tops? Oh, oh, oh. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Oh mein Gott. Tops ist einfach gerade an mir vorbeigegang. Wer ist das? Ich bin... Oh, oh. Ich weiß, der ist Tops direkt dahinter. Oh, oh. Hier sind einfach Hubschrauber und sowas. Oh, oh. Oh, oh. Ey, das ist drin. Man darf... Man darf nicht campen, aber... Oh mein Gott. Hallo. Oh mein Gott. 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 Loli ist einfach so ein Schiff. Geh durchs Maus in Loch. Geh durchs Maus in Loch. Komm nicht. Ich treffe das. Lauf nicht. Oh mein Gott. Oh. Will ich da niemanden laufen? Hallo. Oh mein Gott. Ich bin runtergeflogen. Ich bin runtergeflogen. Ich bin runtergeflogen. Oh mein Gott. Herzen. Oh. Oh. Hallo. Ich komm nicht weiter. Alter. Ich war so ein bisschen. Ich wollte dich nicht. Warte mal. Hier komm ich nicht weiter. Ronja bist du? Das ich klein und schnell bin. Hallo. Wo ist Ronja hin? Ich will mich nicht mehr. Wie ist ein Griller? Ey, das wird Ablehnungsmanöver von Julian für Ronja. Das ist gemein. Oh wie geil. Danke Jürgen. Du hast mir mein Leben gerecht. Nein! Ich hab dich gesehen, komm her! Oh oh! Ich bin gleich da! Oh mein Gott, man kann sich so gut vorsehen, das ist kein Problem. Okay, wer heißt er? Ah, hi, 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 hi. Ich hab hier, das ist kein Ding. Ja, du bist doch nicht gesehen, du bist doch nicht gesehen! Warte, komm mit, komm mit. Warte, warte, da. Wo seid ihr das mal treffen? Das wird es nicht langsam gehen. Ich hab so viel kein Verstecken. Und hier, ihr habt dich drauf. Warte. Komm, du ist drauf, jo, mein. Hey, wo seid ihr? Was auch ein leertes zu spammen. Leertes zu spammen, hier über die Kabel hinten. Hallo! Du bist auch immer in der Küche! Also C. Oh oh! Oh mein Gott! Warte, hier über die Kabel, kannst du beim, beim C. Kannst du rein? Hier, warte, hier. Was specken? Nein! Hier, warte, ganz vorne. Hallo? Hallo? Nein, tups! Nein, tups! Ah, am PC. So, ich steck grad tups! Warte. Ah, okay. Ich seh, was du meinst. Ey, ich seh, was du meinst. Ey, ich seh, was du meinst. Ey, ich seh, was du meinst. Das ist richtig geil, hier. Wir sind hier. Richtig kleine. diese nintendo switch Hallo Tops Hallo Tops Ich bin doch beim Auto Hallo Ja Tops du willst mich ja? Du kriegst wieder nicht Oh mein gut Dieses Spielzeug Ich bin einfach bedrohlich, weil mein Tops Namen immer liest und dann denke ich, das ist ein Scheibenklasse. Ja, dann rennen wir einfach vorbei. Ey, Rony, bist du da ab, wo wir vorhin waren? Wo waren wir vorhin? Äh, Lolis. Ich bin im Kerl. Oh mein Gott, mein Tops, oh mein Gott. Was seid ihr denn, was seid ihr denn? Alter, ich Tops, man sieht dich gar nicht, du bist viel zu riesig. Ja, das Ding ist, ich hab mich aufs Bett drauf gestellt. Alter, Rony, ich versteh jetzt, wie du mir so schreist hier. Dankeschön. Ey, lass doch mal bitte zusammen spielen hier. Ey, wo seid ihr denn alle? Hallo, Tops. Ich bin draußen auf der Terrasse bei dem großen Tisch mit dem Sonnenschirm. Spring mal runter, lass mal die Garte. Ey, Rony, komm mal zu Codename Spongebob. Lord, kann man hier, kann man hier. Warte mal. Ich weiß Tops nicht, wo das ist. Nein, Tops weiß nicht, lol. Man kann die einfach durch. Warte, finde ich nicht richtig bei Codename Spongebob. Ist das nicht hier? Hä, ich sehe Julian. Oh, oh, Haltops. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich war schon. Auf Trampolin. Auf Trampolin. Oh mein Gott. Ey, ich bin gerade so gut versteckt hier. Wer treffe ich denn jetzt? Ich treffe die ganze Zeit. Irgendjemanden, komm. Weißt du, wen du dich triffst? Mich? Welchen schneller Springer? Ich bin alle am Tops geschlagen. Ich bin am Baum. Ich bin am Baum. Ich bin am Baum. Ich bin am Baum. Schlag mal der Tops. Der trifft uns eh nicht. Wie gewinnen wir eigentlich? Wir müssen mit Tops. Warte, komm mal hier rein. So cool. Bisschen Schwung holen. Hör auf mich immer vom Trampolin zu schocken. Was bist du denn für ein Mensch? Du bist gegen Spass. Oh mein Gott. Ich bin dir nicht am Baum. Ich bin mir nicht am Baum. Ich habe keine Angst vor dir. Ich bin nur Hammer. Ich bin nicht am Baum. Hey, Tops. Kannst du wieder aufhören zu rumzulachen? Tops, du kannst mir nichts. Ich habe keine Angst vor dir. Tops, du kannst mir nichts. Ich habe keine Angst vor dir. Nämlich, Läuf. Läuf, Flü, 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 Flü. Ey, komm, wir hoff. Sponsport. Lass mal bitte miteinander arbeiten. Sonst schreien wir gerade an uns aneinander vorbei. Oh mein Gott. Was ist das? ja ich auch nicht doch mit ein bisschen ja ja ich kann hoch springen hier sind wir oder so oben ja aber ich muss sagen das sofa sind nicht draußen wir sind nicht raus ganz ruhig der therapeute gesagt darf sich so viel rumschreien das ist nicht gut für deine ohren topst du hast mich gerade den wegpuncht komm her ey er hat seine topst legt übelst lass topst töten wo ist das er legt einfach übelst topst aus flyer nein der hab ich kittert das schwert hat mich schon ein paar mal getroffen nämlich auch echt das macht sie mir jetzt ein damage ehrlich mir nicht mir auch nicht ich bin unverwundbar ich hab keine Angst vor dir okay geil versteckt wir sind so viele komm Spongebob nein da hab ich gesetzt was ist mit Spongebob meine ich guck mal hier ist Patrick hier ist äh was ist das hier Spongebob oh jetzt schieße du auch nicht ja hier ist eine Ananas wo bist du hi bro wo ist Patrick dann aus ups ich muss sagen lol he is Patrick oh lol ich muss sagen du bist kein guter ist auch die Ananas und Spongebob ja die Ananas geh du kannst da rein gehen lass mal Party machen ich mach keinen Schaden buddy ey du kannst doch mich hüpfen wait why ach doch du kannst du hüpfen warte mal warte mal ich mach überhaupt keinen Schaden nein warte ich mach mal Difficulty 1 vielleicht nicht daran du hast ein Pappschwert dann versucht auf uns einzuhauen stopp 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 schlag einmal schlag einmal schlag einmal test 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 ey du machs gedammt ey du machs gedammt du machs gedammt ey du machs gedammt nice Tops gut gemacht ey warte mal kann es daran sein dass wir einfach volle Hungerleiste haben geht das ich mach mit Difficulty 1 lass mal verstecken wir hier ok lass mal mach ich hier äh was rennen 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 ich hab ein halbes Herz oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott rennen 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 ah Jun ich behinder dir haha wieso bist du so fokussed auf mich ronja 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 in diesem weißen Gang nach oben ronja das ist eine ganz einfache Erklärung und zwar das ist meine Rache von Wolf jedes Mal Julian oh mein Gott siehst du mich loo nein bist du runter gesprungen wir sind doch alle Freunde oh nein Tops ich bin auch runter gesprungen Tops oben Alter ich bin einfach hinterm Kissen warte warte wo bist du wo bist du au Tops ey Tops kannst du bitte um aufhören zu lagern das ist nicht äh nicht höflich ok ronja wo bist du ich bin bei der Treppe ich versuche die Treppe oh mein Gott ich bin einfach ich bin bei dir oh nein 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 ich bin nicht mehr bei der Treppe warte ich bin auf der X-Lex Tops schau mal auf den äh auf den schrägen Kasten über dir schau mal über dich Tops oh Leute ich seh dich Tops 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 komm nochmal zurück Tops ich steh auf der X-Box oder was das da ist ich steh auf der X-Box ok gell zu euch ey wie spät ist das ist ich glaube schon 3 Uhr ok gell zu euch ich seh Tops Tops Flo immer wenn du dich ganz Tops du würdest du seh dich hallo ich bin groß aber du kriegst sie nicht du kriegst sie nicht lieben Leben wir sind wie Moskitos ja du kriegst es einfach nicht ey nein 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 au oh das hat weh getan ah Ronja stopp Ronja stopp nein so hat das auch ein Effekt weil du machst 0 Damage oh hallo ich hab Angst wo bist du wo bist du Flo hallo hopp doch drauf verschreckt ich bin kein Männchen ich bin eine Männchen eine Männchen eine Männchen hallo hey wer war das oh ich hab beide mit wir Julien Waschbecken Julien du bist viel zu klein Waschbecken 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 ich mein natürlich Waschbecken Waschbecken Flo Waschbecken LOL oh mein Gott das ist ein Geheimling in der Schublade ja hast du kennst du noch nichts ja ich hab neun Geheimling in der Schublade ich hab neun Geheimling in der Schublade Eiei ich glaub ich hab sie verloren es ist auch ein Problem ich darf es kommen nochmal zurück das ist echt belastend ich bin ich bin äh komm wir zur Küche komm wir zur Küche nein komm nicht her Romando Küche bereit da brennen 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 Entbreaker A domestic 것 inox ha ha Bist du? Na? Frag dich. Ey, du sehst mich halt wirklich nicht! Oh mein Gott! Ey, Ronny, komm doch mal zurück! Ich hab ne Idee. Ronny, willst du mich ein bisschen baden heute? Okay, suchen wir uns! Oh mein Gott! 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 Okay, 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 dann lass mal die nur dann suchen. Oh oh! Auf geht's! So, jetzt bin ich hier gestärkt hier! Jetzt gibt's ne Lönch! Alter, ey, das sieht direkt wie wichtig aus hier! Hey, sag mal, warum schickst du mich so? Oh, no, 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 no! Ich wollte Julian drinnen da hinten! Oh, hi! Das sieht voll klein aus jetzt hier alles! Ja. Hallo, Flo! Ey, wo seid ihr? Oben! Julian ist oben! Bei der Laterne... Oh mein Gott! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh, oh! Ich seh ihn! Warte, ich muss mir auch so eine Schublade geben! Ich spür jetzt euren Schmerz, okay? Nein! Ja! Ja! Oh, nice! Nice! Ich würde mal sagen, hier ist ein ganz epischer Sieg! Ähm, ja, Leute! Wenn ihr mehr Minecraft Micro Battle haben wollt, lasst bitte meinen dicken Daumen hoch! Ich finde das jetzt mega lustig! Wenn es euch gefällt hier, oder wenn wir genug Daumen hoch schaffen, machen wir noch eine weitere Folge! Oder eine neue Map hier! Bis zum nächsten Mal von herein! Schaut mit den anderen beiden vorbei! Tschö! 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 bih不好해! started... Tschö! Eu ge